Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du Fach- und Arbeitskräfte suchst, dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitung für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Heute habe ich für dich eine ganz besondere Folge vorbereitet. Für mich ist es schon etwas ganz, ganz Besonderes und dir erzähle ich heute, warum es auch etwas Besonderes für dich werden wird. Heute stelle ich dir den Online-Marktplatz für digitale Lösungen vor. Dieser Marktplatz heißt gastrotools24.de und informiert dich über die unterschiedlichsten digitalen Lösungen auf dem Markt. Gastrotools24.de geht am 01.07.2020 online und ich bin jetzt schon heiß wie Frittenfett. Aber warum gastrotools24.de? Warum ist so eine Plattform sinnvoll oder wichtig? Grundsätzlich wissen wir alle, dass Digitalisierung uns Zeit und Geld spart. Tools und Softwarelösungen werden dafür entwickelt, genau dafür diesen einen Zweck haben die, dass die der Zielgruppe einfach Ressourcen spart, sprich Dinge einfach erleichtert. Dafür sind die da. Und das Wichtige daran ist, und das finde ich, ist für uns in unserer Branche, in der Hotellerie und Gastronomie noch wesentlich wichtiger als in anderen Branchen, dass man das richtige Tool für sich findet. Das, was unsere Branche einfach ausmacht, dass wir halt sehr individuell sind, dass wir sehr individuelle Betriebe haben, bedeutet natürlich auch, dass jeder von uns individuelle Anforderungen und Bedürfnisse hat. Und das heißt, dass wir genau die gleichen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse an das Tool haben, an die digitale Lösung. Und das ist einfach Fakt. Also wir können nicht einfach irgendeine Schablone nehmen und die für uns benutzen. Wir müssen die richtige Schablone finden. Ja, und daraus entstehen für uns zwei Herausforderungen. Nehme mal an, du suchst eine Dienstplanungssoftware. Im ersten Schritt geht es ja darum, Tools zu suchen, die dein Problem lösen. Das ist unter Umständen sehr mühselig, weil wir nicht immer auf alle aufmerksam werden. Wir gucken bei Google, aber finden nicht immer alle. Also fehlt uns, wenn es blöd läuft, bei unserer Recherche vielleicht schon das bestpassende Tool, das für deine individuellen Bedürfnisse am besten passt. Ja, und dann zweitens, diese Tools, die wir dann recherchiert haben, müssen dann ja auch noch objektiv bewertet werden. Wir klicken uns auf den unterschiedlichen Homepages, klicken wir uns umher, schauen uns an, welche Funktionen, welche Funktionen sind vielleicht zubuchbar, welche sind schon von Anfang an vorhanden, welche Schnittstellen sind geboten mit Kassensystemen und so weiter und was kostet das Ganze. Ja, und da geht schon mal der ein oder andere Nachmittag für drauf. Das kostet einfach viel Zeit und es geht einfach einfacher. Ja, und einfach mal einfach machen, einfacher machen soll es gastrotools24.de. Dieses Problem soll mit gastrotools24.de gelöst werden. Und meine Vision ist es, dass gastrotools24.de the place to be für Softwarelösungen wird. Dass einfach alle guten Tools, die Zeit und Geld sparen, dort vertreten sind und präsentiert werden. Sodass jeder, der sich informieren möchte, eine objektive Darstellung bekommt. Es gibt nur eine einzige Spielregel. Die Tools müssen entweder Zeit und oder Geld sparen oder einfach den Umsatz steigern. Das sind die Spielregeln. Ja, und das ist jetzt eine gute Überleitung. Ich habe gerade objektiv gesagt. Objektiv ist ganz, ganz wichtig. Gastrotools24.de ist keine Werbeplattform, auf der der meistbietende am besten platziert wird oder auf der Startseite als erstes ausgespielt wird. Nein. Gastrotools24.de soll einen Überblick verschaffen und kurz und knapp die wichtigsten Infos über das Tool vermitteln. Ja, ich habe gastrotools24.de immer mit einer Online-Messe verglichen. Die Hospitality-Online-Messe. Aber grundsätzlich stimmt das ja nicht. Ich hatte gestern ein tolles Telefongespräch und da wurde ich darauf hingewiesen. Hör mal zu, das ist ja eigentlich eher eine Art Online-Marktplatz. Weil es hat ja keine zeitliche Begrenzung wie bei einer Messe. Richtig, vollkommen richtig. Danke nochmal dafür, lieber Daniel. Du hast vollkommen recht. Also, was versteckt sich jetzt alles hinter diesem digitalen Marktplatz? Welche digitalen Themen werden aufgegriffen? Auf gastrotools24.de gibt es Kategorien, mit denen du das, was du suchst, direkt filtern kannst und so schneller fündig wirst. Es geht zum Beispiel los mit der Kasse, wo unterschiedliche Kassensysteme und Lösungen vorgestellt werden. Dann das Thema Buchhaltung. Alles, was dir hilft, die Dinge auf deinem Schreibtisch zu organisieren und dort Zeit zu sparen. Weiterbildung oder Jobportale sind auch mit dabei. Das Thema Marketing. Tools, die dir helfen, dein Marketing zu optimieren oder zu organisieren, mehr Reichweite zu generieren. Das gleiche zum Thema Social Media. Was kannst du zum Beispiel tun, um dir dein Social Media einfacher zu gestalten und gute Ergebnisse zu erzielen? Dann das Thema Warenmanagement. Tools für den Einkauf bis zur Inventur. Und mein Lieblingsthema, HACCP, darf natürlich auch nicht fehlen. Du weißt, ich komme aus dem Catering. Da wird mittags zum Beispiel die Essensausgabe. Bei der Essensausgabe wird dreimal die Kerntemperatur auf dem Teller gemessen und dokumentiert und dann nachregeneriert, weil man zu langsam war und das Essen kalt geworden ist. Nein, jetzt Spaß beiseite. So schlimm war das nicht und so schlimm ist das nicht. Und das hatte für unser Geschäftsfeld damals solche Dokumentation und so weiter. Das hatte seinen Sinn gemacht und das war auch wichtig und richtig, dass wir das so gemacht haben. Ja, aber du weißt, was ich meine, HACCP, wichtiges Thema, nicht nur im Catering, auch in der klassischen Gastronomie oder Hotellerie. Und dafür gibt es ganz, ganz tolle Tools. Es gibt die Kategorie Hotelsoftware. Alles von der Buchung bis zum Revenue Management. Die Kategorie Reservierung ist dabei. Kann man sich denken, na klar, es geht um Reservierung. Das Thema Personal. Ganz wichtiges Thema. Alles Tools von der Dienstplanung an bis zur Zeiterfassung bis hin zur vollständigen Personalverwaltung. Die Kategorie Digitale Speisenkarte und eng verbunden damit sind die Bestelllösungen für den Gast und sind natürlich auch mit dabei. Tools zum Thema Bewertung sind dabei und last but not least die Kategorie Bezahlsysteme. So, und eine Kategorie ist auch noch mit dabei. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Die heißt Corona Tools. An dieser Stelle danke lieber Johannes für diese tolle Idee. Hier findest du nämlich alle kostenlosen Lösungen, die im direkten Zusammenhang mit der Corona Krise stehen. Also du kannst versichert sein oder ich kann dir versichern, dass diese Lösungen alle kostenlos sind und ja, da sehe ich nichts, keine weiteren Nebenkosten hinter verstecken. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, genau, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Thema Gästeregistrierung. Da gibt es jetzt auch mittlerweile kostenlose Lösungen, wie ich halt nicht in Papierform meine Gäste registrieren kann und damit weniger Arbeit habe. So was zum Beispiel wird dort platziert. Ja, wie werden die Themen bzw. die verschiedenen Softwarelösungen präsentiert und dargestellt? Das erkläre ich dir ganz kurz. Nachdem du dich dann einfach für eine Kategorie entschieden hast, klickst du da drauf, dann werden dir die Tools zu dieser Kategorie angezeigt. Du hast nun eine Übersicht über die Produktnamen, einer Kurzbeschreibung zum Produkt und eine Podcast-Interview. Du hast dann die Möglichkeit entweder direkt auf das Produkt zu klicken, um nähere Informationen zu bekommen oder dir erstmal das kurze und knackige Podcast-Interview anzuhören. Zum Beispiel beim Sport machen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Küche putzen, keine Ahnung. Wenn du dich dann entschließt, dir nähere Informationen anzuschauen und auf das Produkt selbst klickst, werden dir alle Produktinfos angezeigt. Ein kurzer Text, der das Tool oder die Lösung beschreibt. Bilder und Screenshots, damit du dir ein bisschen etwas darunter vorstellen kannst, wie das denn aussieht. Dann im besten Fall ein Erklärvideo, der das einmal kurz erklärt. Die Funktionen des Tools, genau ganz wichtig, einmal in Stichpunkten, welche Funktionen sind in dem Tool enthalten, welche Schnittstellen zu anderen Lösungen gibt es. Social-Media-Kanäle, kann ich mich auf den Social-Media-Kanälen einmal informieren über das Tool. Dann natürlich Rezensionen, ganz, ganz wichtig, gibt es schon zufriedene Kunden. Und was auch ein ganz toller Punkt ist, ist so ein Best-Practice-Beispiel, in dem entweder einmal die Zeitersparnis oder die Kostenersparnis erklärt werden. Damit du auch weißt, ich habe zehn Mitarbeiter, das kann ich jetzt ungefähr mit dem vergleichen, was ich da lese, also kann ich auch ungefähr zwei Stunden pro Tag Zeit sparen, jetzt als Beispiel gesagt, oder XY-Euro sparen. Ja, wichtig ist danach, dass du weißt, nachdem du dich informiert hast, what's in for me, was habe ich genau davon, wo ist der Mehrwert für mich. Und diese Plattform ist nicht nur für Entscheider oder Selbstständige mit eigenem Betrieb oder Führungskräfte, nee, nee, auch für jeden, der in der Hotellerie und Gastronomie seine Brötchen verdient. Vielleicht arbeitest du ja als Koch in einem Betrieb und findest dieses spezielle HCCP oder Warenmanagement-Tool, das genau zu eurem Betrieb passt. Dann schlag es deinem Chef einfach vor. Oder noch besser, macht im Team eine Projektgruppe draus. Nachdem dein Chef gesagt hat, alles klar, ich habe da zwar keine Ahnung von, aber setz das doch um. Wir versuchen dieses Projekt, dieses Tool zu implementieren, macht ein Projekt draus im Team. Das ist auch noch cool für die Teambildung. Und das Projektteam heißt Einführung einer HCCP-Dokumentation im Restaurant zum sinkenden Anker. Ja, und du wirst dann Projektmanager und kannst dich so persönlich noch ein bisschen besser qualifizieren für deinen weiteren beruflichen Lebensweg oder für deine berufliche Laufbahn. Ich habe in dieser Folge ganz oft von Zeitsparen gesprochen. Wichtig ist auch, dass du weißt, dass ich mit Digitalisierung niemanden ausschließen möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass dadurch Menschen outgesourced werden. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern, dass die Digitalisierung einfach als Support dient und auch gesehen wird. Dass diese Zeit gespart wird, die wir dann lieber am Gast nutzen können. Oder dass die Zeit gespart wird, weil wir unterbesetzt sind und sowieso nicht genug Mitarbeiter haben oder nicht genug Mitarbeiter finden. Dass wir diese Zeit einfach mit Digitalisierung auffangen. Wir haben es schwer in unserer Branche, das weiß ich, absolut. Aber wir können es einfach machen, einfacher machen und das hat jeder selbst in der Hand. Jeder, der sich auf gastrotools24.de bewegt, dort schaut oder diese Plattform empfiehlt, einfach es mit seinem Umfeld teilt, tut gleichzeitig etwas für unseren Nachwuchs, für den Nachwuchs in unserer Branche, für den Nachwuchs in der Hotellerie und Gastronomie. Drei Prozent der Umsätze, die aus gastrotools24.de resultieren, gehen nämlich an eine Institution, die nachhaltig etwas für den Nachwuchs in unserer Branche tut. Ja, ich habe noch keine Institution, an die ich mich wenden kann, wenn ihr Ideen habt, an wen ich mich wenden kann. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass diese Umsätze, dass die an die richtige Stelle gehen, dass da halt am besten was rausgeholt wird. Und wenn ihr was habt, dann schreibt mich gerne an, sprecht mich gerne an. Ich bin da sehr dankbar für. Ja, warum tue ich das? Warum möchte ich etwas für unseren Nachwuchs tun? Ganz klar, zum einen, weil meine Vision, meine Vision und das ist auch der Grund, weswegen ich mich mit der Küchenherde selbstständig gemacht habe damals. Meine Vision ist es, dass wir in wenigen Jahren wieder junge Menschen für unsere Branche gewinnen und begeistern und die auch bleiben und nicht nach wenigen Monaten wieder abbrechen. 50% Abbrecherquote ist einfach keine Option. Ja, und warum tue ich das zum Zweiten? Zum anderen ist diese Idee an den Gastromarktplatz von Julia angelehnt. Ich denke, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich auch schon mal ein Podcast-Interview mit Julia geführt habe und da haben wir uns vorher zum Frühstücken verabredet und haben uns kennengelernt und unterhalten und Julia hat diese Idee vor etwa einem Jahr bei diesem Frühstück in meinem Kopf gepflanzt. Wir saßen da beim Frühstück im Café Goldjung und haben uns gerade kennengelernt. Da sagt Julia, weil ich ihr gerade erzählt habe, dass ich so auf das Thema Digitalisierung stehe. Mach doch einen Gastromarktplatz für digitale Produkte, hat sie gesagt. Ich habe es jetzt ein Jahr später umgesetzt und als Dankeschön habe ich beschlossen, mit einem Teil etwas für unsere Branche zu tun, etwas zurückzugeben. Danke, liebe Julia. GastroTools24.de wird aber auch weiter ausgebaut, also es bleibt nicht stehen. Ich habe für die Erweiterung mega, mega viele Ideen, die dir dann später einen zusätzlichen Mehrwert noch bieten werden. Sei einfach gespannt. Ich bin auf jeden Fall, ja wie habe ich vorhin genannt, heiß wie Frittenfett und ich freue mich auf gastroTools24.de. Und wenn du jetzt noch ein Tool kennst, was unbedingt auf diese Plattform muss, dann schreib mir gerne, ich packe alle Kontaktdaten in die Shownotes, damit du mich erreichen kannst. Ja und an dieser Stelle sind wir fast durch. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich noch bei allen für diese positive Resonanz bedanken. Ich bekomme sehr, sehr viele Rückmeldungen, wie viel Mehrwert gastroTools24.de bringen wird und ich danke euch allen für euren Zuspruch und darf euch auch schon verraten, dass ich die ersten Lösungen bereits an Bord habe. Ich bin mega stolz, dass das so gut angekommen ist oder bisher so gut angenommen wird und ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ihr seid die Ersten. Ihr seid die Ersten auf der Party und keiner ist immer, keiner ist gerne der Erste auf der Party und deswegen möchte ich euch gerne persönlich für euer Vertrauen bedanken. Nee, ich möchte euch gerne persönlich für euer Vertrauen danken. So genau. Also Hashtag jetzt keine Werbung, sondern ein Dankeschön. Als erstes möchte ich mich bei Stefanie vom Café Blar in München bedanken, weil Stefanie hat den Kontakt zu Johannes hergestellt und Johannes und ich sind dann in Kontakt gekommen und so konnte ich mit Johannes zusammen die erste Kassenlösung auf gastroTools24.de gewinnen, für gastroTools24.de gewinnen. Johannes arbeitet bei HelloTest und HelloTest ist eine iPad-Kassenlösung und eine Sache, die mir jetzt wichtig ist und nicht erst am 1.7., weil am 1.7., das sind noch anderthalb Monate und vielleicht hilft es jetzt dem einen oder anderen schon weiter. HelloTest hat eine Lösung entwickelt, eine Bestelllösung für das Auslieferungsgeschäft oder das Mitnehmen-to-go-Geschäft und das heißt, bestell was jetzt, ich packe das in die Shownotes, schau einfach mal rein, ob das was für dich ist und ja, der zweite im Bunde, das ist mein lieber Andreas. Andreas, ich danke dir, ich freue mich, dass du dabei bist. Andreas ist mit Horeca Hero eine gute und vor allem intuitive Lösung zum Thema HCCP, aber da bekommt ihr ja nachher oder bald noch ganz, ganz viele Informationen zu. Da geht es um das Thema Hygiene-Check und erleichterte Dokumentation. Ja, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Simon. Wir sind jetzt schon seit einigen Wochen sind wir in Kontakt, dann kam Corona und dann kam das andere oder das ein oder andere kam dann dazwischen und jetzt haben wir uns gefunden und jetzt konnte ich mit dir zusammen E2N für gastrotools24.de gewinnen. Jetzt stolper ich fast schon über meine eigenen Wörter, aber ja, E2N, ihr werdet es kennen, ist ein tolles Personalverwaltungstool und ja, viele, viele namenhafte, namenhafte Referenzen sprechen eigentlich wirklich für euer Tool, sprechen für euch und euer Tool und ich freue mich, dass du mit E2N dabei bist und das ist auch gleichzeitig für mich und für gastrotools24.de eine tolle Referenz. Vielen Dank. Ja, und auch dir, Wolfgang, möchte ich ganz herzlich danken. Wolfgang und ich, wir hatten eine Stunde Videocall und ja, Wolfgang, du hast die Geduld und hast mir gezeigt, wie ich damit meinen Betrieb komplett auf papierlos umstellen könnte. Sehr cooler, nachhaltiger Gedanke, aber ihr bekommt ab dem 1.7. bekommt ihr mehr Infos zu, ja, zu den vier Gründern quasi und ich packe das alles auf jeden Fall in die Shownotes, sodass ihr jetzt schon mal schauen könnt. Ja, das war es jetzt fürs Erste. Seid gespannt, was in Kürze kommt. Hiermit ist die Serie im Küchenherde-Podcast eröffnet. Vorhang auf für gastrotools24.de. Ja, vielen Dank für dein Ohr, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin, sag ich, macht Jod und bis bald. Ciao, ciao.